Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der FIFA 21 Koop-Karte bei Dortmund als Doppelsturm zusammen mit dem tollen Herrn rechts und links neben mir. Hi Jan. Hi Mike, es freut mich, Alter, die Koop-Karte hier. Ich weiß nicht, Zuschauer, also mir macht die so viel Spaß. Ich hoffe euch auch. Spannende Spiele, realistisch. Das letzte Spiel, das DFB-Pokal. Alter, Leute, schaut unbedingt bei Jan vorbei. Wir bringen das ja auf beiden Kanälen, also unbedingt einfach mal beide Kanäle abonnieren und auch vor allem den von Jan, weil da, also das war echt krass, was da in der letzten Folge abging, DFB-Pokal, blablabla. Also ich habe geschwitzt, echt. Mir ist jetzt immer noch warm. Wir haben das gerade voll aufgenommen. Kranker Scheiß. Ich habe jetzt auf jeden Fall ein paar Ruhetage eingestellt. Wir müssen uns ein bisschen trainieren. Wollten eigentlich unbedingt gegen Leipzig spielen und der Trainer hat auch gesagt, ja, gegen Leipzig brauche ich euch, aber das packen wir einfach von der Belastung nicht. Einmal wegen dem Pokalspiel. Und dementsprechend sehen wir uns dann leider erst wieder in der Champions League. Da braucht der Trainer uns natürlich aber auch. Dann wieder zu Hause gegen Mainz und zu Hause gegen Hartberg. Hart, so heißen die, oder? Hartberg, ja. Da gegen die haben wir 5 zu 0 im Hinspiel gewonnen. Also, das war krass, ja. Also wir ballern auf jeden Fall durch. Da können wir jetzt schon ziemlich viel für die Gruppe heute machen. Genau, wenn wir zwei Champions League Spiele haben, da ballern wir uns auf jeden Fall durch. Vielleicht schon eine Entscheidung und so, das ist auf jeden Fall richtig nice. Und haben auch drei Heimspiele. Müssen wir mal gucken gegen Leipzig, wie das jetzt läuft und gegen Augsburg, wenn wir dann nicht spielen. Aber wird schon irgendwie klappen. Man sieht auch hier, also Leipzig Platz 3, wir Platz 4, also wird ein hartes Spiel. Aber mal gucken. Der FB-Pokal müsste ja ausgelost sein für den Februar, wenn ich mich nicht ganz zäusche. I'm excited. Was denkst du, das ist ein krasser Gegner schon, oder? Schalalke ist es. Ich sag Leipzig. Ja. Es gibt kein DFB-Pokal, das ist auch nicht ausgelost. Ach man. Jetzt kann ich das ja gar nicht reinschneiden. Ich schneide es trotzdem gar nicht rein. Aber da ist es doch. Was? Union. Union. Doch, da ist es doch. Im Dezember schon? Im Dezember. So, gegen Leipzig stellt der Trainer natürlich richtig, richtig gut auf. Und eine fitte Elf und dementsprechend nicht uns. Wir schauen einfach mal, was es wird. Es ist sehr spannend und kann auch in die Hose gehen. Und das tut es tatsächlich. 1 zu 0 verlieren wir. Ich weiß gar nicht, wer das Tor geschossen hat. Ich kann ihn nicht aussprechen. Aber, ähm, ja, das ist natürlich eine bittere Angelegenheit. Und, ähm, bringt uns nicht viel weiter. Also das ist in der Tabelle natürlich echt richtig scheiße jetzt. Ja, aber wir müssen jetzt unseren Kopf auf jeden Fall mal frei bekommen und uns auf die Champions League konzentrieren. Bundesliga schauen wir dann mal weiter. Da müssen wir auf jeden Fall wieder was gerade biegen. Ähm, ja, sieben Punkte. Lazio Rho mit fünf hinter uns. Der stärkste Konkurrent, wie schon angesprochen. Ähm, ja, also wir können es heute eigentlich... Ja, wir können es fertig bringen. Wir können es besiegen. Wenn wir jetzt gegen Klub Brügel, wenn wir jetzt gegen Klub Brügel gewinnen, dann sind wir auf jeden Fall Erster oder Zweiter und die kommen ja weiter. Also könnte man jetzt quasi schon entscheiden. Je nachdem, was natürlich auch Hardwerk macht. Aber, ja. Komm, zeig mich, zeig mich. Oh ja, da bin ich. Oh, nice. Ich schneide dich raus. Ich habe gerade getrunken. Ich habe, im Hinspiel haben wir 2 zu 1, glaube ich, gespielt. Ja, ja. Gewonnen. Ähm. Ja, es ist auch keine schlechte Mannschaft so, ne? Also wir müssen dann schon ein bisschen aufpassen. Also gegen Hardback können wir auf jeden Fall heute alles safe machen. Wenn wir jetzt gegen Klub Brügel und dann gegen Hardback beides nicht schlecht spielen. Also wie gesagt, auf der Außen kannst du von den Bots auch mal Flanke fordern. Probier ich. Oh ja. War nicht schlecht. Oh, die Flanke war nicht hoch. Leute, natürlich gibt es auch eine gemeinsame Playlist. Also wenn du die Playlist rechts in meinem i verlinkt abcheckst, ja, dann verpasst ihr halt gar keine Videos. Also da können wir einfach ganz entspannt alles durchsuchten. Das ist richtig, richtig schön geordnet und richtig nice. Oh nein. Oh, fuck. Oh, zum psychologisch wichtigen oder richtigen Zeitpunkt. Ja, das nervt. Das ist nicht unverdient, weil die halt wieder viel am Drücker sind. Wir haben echt im letzten Spiel so wenig Ballbesitz. Ja. Aber, ja, naja. Muss nicht sein. Vor allem zu Hause und weil wir ja eine Entscheidung hier hervorrufen können und wollen. Halbzeit. Oh ja. Oh nice. Ja, dafür ist das mal ein richtig guter Pass gewesen. Ah, Jan, du bist so ein König, dass du genau richtig stehst. Komm schon, komm, jetzt auf geht's mitmachen und hey. Oh, das ist nice. Ich liebe diesen Jubel. Ja, ich konnte natürlich nur draufschießen. Ich habe mich ein bisschen zu sehr auf die Außen gedrängt. Aber dein Schuss war natürlich auch richtig, richtig stramm und richtig gut. Ja, da musst du auch, bevor der Tor sich dann wieder richtig... Ich bin fast noch im Weg gerannt. Ja, ja, das hätte in echt, wäre es vielleicht sogar abseits deswegen gewesen, weil du dich vor dem Torwart quasi bestätigst. Ja, das kann sein. Ähm, aber... Oh, ganz, ganz wichtig. Aber ich wollte einfach dann so schnell wie möglich einfach rein ins Tor. Nicht, dass der Torwart halt irgendwie wieder hinkommt und ranhechtet. Ja, oder der Verteidiger grätscht oder so. Ja, oder so, ja, genau. Deswegen einfach reinbolzen. Gut gemacht, hat alles geklappt. Eins zu eins, sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt sind wir drauf und dran, hier noch was zu reißen. I don't have seen you. Oh, schön. Und jawoll. Oh, jawoll. Das nennt man Doppelschlag. Da drehen Jan und Maik das Game. Ja, deine Hacke, Alter. Was hast du da verbrochen? Junge, Junge. Ja, Junge, Junge. Zack. Das war schon nice. Gar nicht so platziert, aber der Torwart kann da nicht mehr viel machen. Mit meinen pinken Schuhen. Nice one. Alter. Oh mein Gott. Was war das? Ah, sehr schön. 2 zu 1 können wir das Spiel gewinnen. Genau wie im Hinspiel. Aber diesmal waren wir zu Hause. Oh, crazy. Aber wir haben es gepackt. Und das ist ganz wichtig. Nicht so hoch, wie ich mir das vielleicht oft hatte. Aber es ist in Ordnung. So, Spiel gegen Augsburg. Und ja, wir haben auf jeden Fall wieder eine ganz andere Startelf. Sind wieder nicht mit drin. Und gucken mal, was da unsere Mannschaft macht. Aber gegen Augsburg hat Dortmund in echt immer Probleme. Immer. Schon oft auch verloren. Aber hier im Spiel, denke ich, sollte das kein Problem mehr. 4-0, jawoll. Also es muss aber auch sein, damit wir wieder den Anschluss oben haben. Weil jetzt sind wir ja gerade sogar nur so roundabout bei den Euroleague-Plätzen. Also müssen schon weiter hoch. Der Anspruch ist deutlich höher. Boah, Mainz gewinnt 4 zu 0 gegen Bielefeld. Und gegen Mainz spielen wir jetzt dann auch gleich. So, zwei Spiele hintereinander. Wir können nochmal kurz auf die Tabelle blicken. Durch den Sieg sind wir jetzt aber trotzdem halt nur auf Platz 6. Klar ist noch vieles drin. Hoffenheim hat man gesehen, hat auch schon gespielt. Mainz aber auch auf Platz 10. Wie gesagt, 4-0 vorhin gegen Bielefeld gewonnen. Also muss man schon aufpassen. Und dann in zwei Tagen, also quasi in drei, aber zwei Tage Pause. Und dann geht es direkt schon los mit dem Spiel gegen Hartberg. Und naja, es wird hart. Ah, da ist er. Alter, was ist denn da mit der Tribüne los? Corona oder was? Ja, es fehlen noch ein paar Fans. Was ist denn da in Dortmund los? Oh, da war ich auch schon mal, ne? Die kommen alle ein bisschen später. Ja, gib wieder an. Also hoffentlich können wir hier was reißen. Trommel, der will ich ja immer. Haben wir auch immer Gnabryen echt getroffen. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Ich so, wir, ja, ich auch. Echt, was gesagt, wir, ey. Du, rennt mir da wohl nachherum. Ich habe auf Grätschen gedrückt, ich habe gehofft, dass ich... Nein, Spaß, ich wollte nur mal ein bisschen rumblöden, aber eigentlich war es natürlich doof, aber naja. Alter, was probiert meiner denn immer? Der kann nicht, kann keine Koffeln, der probiert immer. Mit 99 Spezialvolleis und allem. Alter, schon wieder. Oh, Mann. Du mit deinem Hacken immer, dann sagt er zu mir Spezialdrinks, Alter. Ja, ich muss ja, ich werde unbedingt immer zu dir gut abspielen. Ja, unbedingt. Spielen gegen meinen, nicht gegen Union. Oh, Mann. Das muss nicht sein. Das hat doch so gut gepasst. Das ist mein Ding, ja. Das geht auch nicht. 1-0, meins. Ach, Mann. Vorne nicht konzentriert genug und hinten den Fehler. Den Ball darf ich da natürlich nicht so verlieren. Und Quaison macht das 1-0. Wenn du immer zurückdrehst, dann geht der ganze Schwung verloren. Jedes Mal. Und dann, wenn ich es nicht mache, sagt er mir noch, ey, warum drehst du nicht zurück? Das ist jedes Mal dein Move einfach. Oh, nein. Ja, naja, ist ja vierte Folge heute, ne? Machst du nix? Da muss man schon mal reinhauen. Ja, leider. Oh, Mann. Oh, jetzt kann er mir dir... Oh, du hast keine Karte gekickt. Nee, ja, ja. Oh, er geht auf mich zu. Nee, nee, du hast keine gekickt. Ja, richtige Entscheidung. Oh. Tor. Gott sei Dank. Ey. Oh, ihr kommt hier, der ist hinterher. Das ist ja Premiere. 1-1. Es ist auch Pflicht, dass ich da wieder was ausbade. Ich wollte natürlich auch gerne wieder einspielen, aber da waren zwei Männer dazwischen. Dann dachte ich, ich muss es probieren. Der eine hat ja schon gegrätscht. Eine Torverlage übrigens auch wieder für mich. Ja, das ist auch ganz nett. Ja. Naja, nicht nur ganz nett, sondern ich finde es gut. Dementsprechend, ich glaube, mein zweites, nee, mein drittes Saisontor in der Bundesliga. Jetzt habe ich es natürlich weggedrückt, aber alt. Aber, ja. Boah, aber die Hacke. Nein, schade. Ja, der war klebt ja auch direkt neben mir und der Torwart ist einfach krass. Oh mein Gott, das war richtig gut. Ich weiß. Oh, mach doch auch mal was da raus. Oh mein Gott, ja, ein Gegentor machen die da raus. Alter. Das war aber schon gut gespielt von Mainz. Matheeta. Ah, ja, ja. Freiteife. War gut gespielt von Mainz, kann man nicht sagen. Auch wenn es natürlich unglaublich scheiße ist. Hätte, dass Dortmund auf jeden Fall leichter lösen müssen. Oh, alter. Das war, glaube ich, jetzt die Vorentscheidung. 3-1. Jetzt habe ich gerade auf Offensiv stellen wollen und meine Mannschaft ein bisschen pushen wollen. Und... Ah, jetzt auf. Und das zu Hause, ey. 1-3. Das ist hart und bitter. What the fuck. Damit habe ich nicht gerechnet. Also, Bundesliga läuft aktuell noch nicht so geil. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt in der Champions League machen. Da müssen wir auf jeden Fall absolut safen jetzt. Und dann einfach mal gucken und hoffen, dass es irgendwie in der Bundesliga wieder läuft. So, und damit blicken wir nochmal auf die Champions League-Tabelle. Also, ja, es ist quasi eigentlich ja schon hier gesaved. Ja, es sind nur noch 8 Punkte möglich für Hartberg. Und wir haben 10. Das heißt, damit sind wir auf jeden Fall eigentlich schon durch. Aber wir können jetzt gegen Hartberg selber nochmal richtig durchballern und damit Platz 1 sogar festigen. Und, ja, das wollen wir natürlich machen. Und dementsprechend geben wir jetzt hoffentlich Gas. Aber Fitness, ja, wir können ja gleich ganz kurz mal drauf glubschen. Aber es ist so da. Also, selbst ich bin nicht richtig regeneriert. Und ich bin eigentlich einer, der eine große Lunge hatte. So, Champions League gegen Hartberg. In Jans Folge, in der allerersten, danke dafür, haben wir auf jeden Fall da ordentlich reingehustelt. Den höchsten Sieg dieser Karriere mit 5 zu 0. Und das wollen wir natürlich so oder so ähnlich hier auch wieder schaffen. Ist halt natürlich schwierig wegen der Fitness. Ja, ich meine, das war ja auswärts. Also, wenn wir jetzt hier heim auch nochmal gut da was machen könnten, das wäre ja wundervoll. Ja, fängt gut an. Sechste Minute, endlich darf ich mal die Torhämne zu Hause hören. Ist das geil. Und in der Champions League, ich meine, fünfter Treffer. Das ist sauber. Ja, Champions League triffst du eigentlich echt ziemlich häufig. Nur in dem Spiel gegen Lars Herum hast du, glaube ich, nicht getroffen. Das könnte stimmen, ne? Tor Nummer 6. 6 Minuten, das ist total wichtig. Ne, ne, 6 Minuten. Ah, 6 Minuten, ja. Ja, das ist ja gut. Aber, wie du schon sagst, also, ist wichtig und so. Oh mein Gott. Du bist nur gegen mich gelaufen. Ja, du hast schon das Bein rausgehalten. Boah. Ah, da ist die gelbe Karte auf jeden Fall. Ja. Das schmeckt. Können wir uns mal anschauen, wie er nur dagegen gerannt ist. Ne, komm. Ja, boi. Zack. Ach, diese Kleinigkeit. Mit dem schwachen Linken. Oh, das sieht gut aus. Was? Hey, du bist noch dran. Oh, scheiße. Nein. Oh, okay, das war richtig doof. Aber die Chance war gut, also. Ja, die Chance war gut. Du musst eigentlich rein. Die muss sitzen. Jetzt muss sie sitzen. Alter, war der schwach. Oh, ich hatte so Angst. Du bist so gegen den Fausten gerannt gerade. Oh, der holt sich den Ball. Und warum auch immer nach dem 2 zu 0 erst mal einen Ball holen. Ja, das war richtig gut. Ja, das war richtig gut, richtig gut, richtig wichtig. Also, der Pass war richtig schwach. Aber ansonsten war es trotzdem gut gemacht. Ja, weil mit dem Linken müssen wir richtig reinhämmern. Nice one. So wie ich das sehe, bevor du vom Platz gehst. Noch mal eine Bude gemacht. Und hier, das war ein bisschen. Hättest du es gerade schon als Kopfball machen können? Ja, das stimmt. Fünftes stand da. Echt? Ja, in vorder erst mal, genau. Jawoll! Sechstes! Mehr als ich! Und oh! Auf geht's! Oh! 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 Also, es ist aber immer ganz nice, dass wir jetzt vor der Halbzeit doppelt, also doppelt dreifach Schlag fast gemacht haben. Ähm, aber eher ein Doppelschlag, der das erste war. Aber ein bisschen früher. Egal. Wir haben auf jeden Fall zu Hause endlich mal, ne? Endlich mal die Tore-Bunde gehört. Ja, das stimmt. Also bisher ja immer relativ selten und das 5-0 war ja auch auswärts. Und jetzt zu Hause endlich mal müssen die Tore-Bunde und 3-0. Ja, das ist einfach mega. Also damit ist es quasi besiegelt. Wir haben es jetzt noch eine Hälfte und wir müssen natürlich nur aufpassen. Ja, und Lazio führt gerade. Mehr reinballern, aber ja, also im Prinzip ist das Ding durch. Dann kann ich ja jetzt auch die Gelb-Boote holen. Ja, deine Fitness ist auf jeden Fall richtig gut an dem Führer. Schade. Ich habe schon aufgehört zu sprinten. Das ist schon. Ja, das wird nichts. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Jetzt habe ich gerade echt wenig Ausdauer. Noch eine ganze Halbzeit. Ja, ich kann nicht auswählen. Ja, wie gesagt, wir sind 4 Punkte vor dem und dementsprechend noch ein Spiel nach dem hier. Sogar gegen Lazio. Also, es ist ja dann, also es ist eine bessere Lage gibt es ja quasi gar nicht. Oh, das war aber trotzdem gut. Ja, ja, aber ich habe mir... Oh, Alter! So eine halbe Stunde später so zack. Ich habe es aber... Der macht es halt immer zu spät. Ja, weil meine fairen Zweikämpfe so fair sind. Oh. Alter, ich kann mich halt so schwer durchsetzen. Ich bin nicht so stark wie du. Du hast den jetzt die Body checkt. Oh mein Gott, als ob. Was war das für ein genialer Pass. Oh mein Gott, wie gut bist du denn? Sogar. Ich hatte Angst, dass ich zu spät gedrückt habe, aber... Wie gut bist du denn, Alter? Ach, das wollte ich jetzt nicht. Ja, jetzt machst du es alleine. Ja, jetzt mache ich das. Ich gehe wieder. Oh Mann. Aber dass du den so easy reingemacht hast, also Respekt, Torwart verladen. Boah, Alter, Torwart verladen, ja, ja. Richtig, richtig gut. Das trinkt einfach vor meinem Schuss gefühlt. Ja, also, das war gut. Headtrick. Und ja, vor allem, ja, stimmt. Und das mit der Ausdauer, also, dass ich da überhaupt so durchlaufen konnte am Ende noch. Du hast jetzt sieben Tore und dann sagst du, ich treffe häufig, Alter. Du hast... Ja, aber, okay. Richtig stark, Jan. Oh, jetzt noch eine letzte Chance. Aber Brandt hat keinen Bock. Alter. Ja, gut, Leute, ich würde sagen, das war es dann für die Sonne. Folge. Es war auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Jan hat ordentlich abkastiert, also richtig gut gemacht. Und beide haben wir echt geglänzt. Außer in der Bundesliga. Was ist da los? Da müssen wir auf jeden Fall in Jans Folge nochmal ersteren. Also Playlist unbedingt abchecken und auch Jans Kanal abonnieren. Und in Jans Folge, die direkt morgen schon auf seinem Kanal online kommt, da müssen wir Bundesliga mal ein bisschen wieder pushen. Weil in der Champions League sind wir jetzt sowieso schon durch. Auf Platz 1, alles perfekt. Ich bedanke mich, jetzt wirst du schon. Macht's gut, hause rein. Bis dahin und ciao, ciao. Ciao.